UNTERTITELUNG 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 Unsere Top Story heute Der Zeitungsmogul James Reed wurde tot aufgefunden und hinterlässt sein Medienimperium seinem Sohn. Ich bin Kato. Das mit deinem Vater tut mir leid. Wer ist Kato? Der Mechaniker ihres Vaters. Er war auch für seinen Kaffee zuständig. Ein Bier? Du steckst voller kleiner Überraschungen. Hier, sieh mal. Die hast du alle gezeichnet? Wir beide verschwenden komplett unser Potenzial. Die Stadt braucht unsere Hilfe. Wir könnten Helden sein. Wir brauchen ein Auto. Panzerung. Und Waffen. Wow. Aber keine Strumpfhosen. Gut. Wow. Ist ne Gaspistole. Und warum hab nur ich eine? Weil du keine Kampferfahrung hast. Wie funktioniert die überhaupt? Abflug, Kato. Folgendes machen wir anders. Wir benehmen uns wie Bösewichte, um an die bösen Jungs ranzukommen. So vermutet keiner, dass wir in Wirklichkeit die Guten sind. Ich bin Lenore Case, ihre neue Sekretärin. Jackpot. Green Hornet hat viel zu viel Aufmerksamkeit erregt. Arbeiten Sie für Mr. Reed? Ich bin sein geschäftsführender Gesellschafter. Und was macht man so als geschäftsführender Gesellschafter? Wollen Sie mich vergroschen? Ich will den Kopf von Green Hornet. Und ich will ihn heute Nacht. Bist du bereit zu sterben? Vor dem Sterben brauchst du keine Angst zu haben. Sondern davor nie richtig gelebt zu haben. Kann ich mal sehen? Okay, aber vorsichtig. Ich bin vorsichtig. Ich will sie nur angucken. Gib sie einfach mal kurz her, dann...